Ey und ich nervt das Chaos und das ganze drumherum Also hör auf dich jetzt anzuschreien, denn es gibt dafür kein Grund Die Idee, die du hast, kann die ganze Welt bewegen So wie Erdbeben, also was spricht dagegen? Also geh da raus, geh endlich zum OK Vielleicht wirst du ja schon der nächste Showstar Mach dein eigenes Projekt mit dem offenen Kanal Alles andere wäre wirklich fatal Raste nicht ein, raste lieber aus Was ich damit mein, mach doch mal die Klappe auf So, und der Tag der offenen Tür Heute an der Liff-Ulmann-Schule schon ein paar Stunden andauern Möchte ich aber jetzt trotzdem die Gelegenheit ergreifen Sie alle recht herzlich hier bei uns im Haus zu begrüßen Sowohl in der unteren als auch in der oberen Ebene Ich freue mich, das heißt wir freuen uns Die Mitarbeiter und die Schüler und natürlich ich auch Dass sie hier so zahlreich erschienen sind Das zeigt eigentlich auch, dass das Interesse an unserer Schule recht groß ist Nachdem ein Teil der jetzigen Besucher schon einige Hospitationen erlebt haben Wollen wir sie jetzt natürlich mit einem kleinen Programm, Kulturprogramm oder was auch immer Das, was die Kinder im Unterricht, im Leidungskurs oder aber auch in den Pausen üben und einstudieren Ganz akribisch mit ihrem pädagogischen, mit dem pädagogischen Personal Das wollen wir ihnen jetzt präsentieren Ich wünsche ihnen dazu ganz viel Spaß Möchte jetzt aber nochmal ganz kurz sagen, zum weiteren Ablauf Bis um 11.30 Uhr ist nach dem Programm noch das Café geöffnet Danach müssen wir aufräumen, wenn dann die Mittagszeit beginnt Nach dem Programm lade ich Interessierte noch hoch ins Lehrerzimmer, in die obere Etage ein Ich würde mit einer PowerPoint noch einmal die Schule, Schulform, Schulstruktur vorstellen wollen Und würde natürlich noch ihre Fragen eingehen Jetzt bin ich aber fertig, Frau Strauch Wie gesagt, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind Wir freuen uns wahnsinnig Und ich wünsche Ihnen im Namen aller Schüler, aller Mitarbeiter Bei denen ich mich natürlich auch gleichzeitig recht herzlich bedanken möchte Bei allen Schülern, Mitarbeitern Toll habt ihr das gemacht, toll habt ihr vorbereitet Ich denke, es wird ein gelungener Tag noch Vielen Dank Ja, liebe Gäste Seien Sie also ganz herzlich willkommen zu unserem kleinen Programm Ein buntes Potpourri verschiedener Darbietungen erwartet Sie Leiser, Töne werden die blauten Tönen sein, Fröhlichkeit und Nachdenklichkeit wird Ihnen geboten Lassen Sie sich aber jetzt einstellen von unserer Tanzgruppe Die sie mit ihren Rhythmen einfach fesseln möchte Viel Erfolg bei euch allen und auch ganz viel Spaß Bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank. 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 Schlafen wieder ein, denken, was soll das schon sein und schlafen wieder ein. Vielen Dank. Schlafen wieder ein, denken, was soll das schon sein und schlafen wieder ein. Schlafen wieder ein, denken, was soll das schon sein und schlafen wieder ein. Schlafen wieder ein, denken, was soll das schon sein und schlafen wieder ein. Schlafen wieder ein, denken, was soll das schon sein. Schlafen wieder ein, denken, was soll das schon sein und schlafen wieder ein. Applaus Montag. Montag, guten Tag. Dann gehen wir in die Schule, na, das ist uns allen klar. Dann gehen wir in die Schule, na, das ist uns alle klar. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann kommt Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann kommt Sonntag. Montag steht gestalten auf dem Stundenplan, da zeige ich den anderen, wie ich malen kann. Da zeige ich den anderen, wie ich malen kann. Dienstag steht der Turm auf dem Stundenplan, da zeige ich den anderen, wie ich malen kann. Da zeige ich den anderen, wie ich malen kann. Mittwoch steht hier Musik auf dem Stundenplan, da zeige ich den anderen, wie ich singen kann. Da zeige ich den anderen, wie ich singen kann. Donnerstag steht strömend auf dem Stundenplan, da zeige ich den anderen, wie ich singen kann. Da zeige ich den anderen, wie ich singen kann. Mittwoch steht der Turm auf dem Stundenplan, da zeige ich den anderen, wie ich singen kann. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann kommt Sonntag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, dann kommt Sonntag. Applaus 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 empieza Applaus 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 Jans Applaus 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 Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Thank you. 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 Applaus 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 Bis zum nächsten Mal.